Hallo, Franz Keiler. Ich wollte dich mal fragen, ob du nicht für mich eine Unterschrift geben kannst. Ja, sicher, mein Kleiner. Das ist also gar kein Problem. Auf der anderen Seite, früher hat man unterschrieben, weißt du, in den 70er Jahren. Heute gibt es bedruckte Karten. Hier hast du eine. Ich brauch auch noch zwei für mich und mein Papa. Ja, gut, dann gebe ich dir jetzt 20 Pfennig und dann kannst du sie im Pressezentrum kopieren, mein Kleiner.